ich grüße euch ja ich wünsche euch einen schönen guten morgen was sie auch immer machen eine info hinweg ich mache zwar in meiner einmonatigen freizeit gerne videos aber es kann sein dass ich manchmal auch keine zeit dazu finde also bitte seien sie mir nicht böse wenn kein video erscheint was auch immer welche gründe sein mag aber wenn ich jetzt wie gesagt irgendwann einmal mehr abonnenten schaffe dann kann ich bei der modernisierung mitmachen und ja freunde und freundinnen ich freue mich auf jeden fall auf euch es würde mich eigentlich auch freuen wenn auch weibliche zuschauerinnen die mich noch nicht kennen auch mal mein youtube kanal anschauen würden weil ich sehe die statistiken und schauen eigentlich nur herren meine youtube videos an im alter von 35 bis 44 und ich finde es auch gut dass die leute meinen kanal anschauen und ich würde mich auch auf abonnentinnen freuen natürlich keine sorge ihr müsst keine mitgliedsbeiträge zahlen oder wie auch immer ich bin nicht einer der auf das geld aus ist natürlich braucht jeder mensch auch geld keine frage aber ich bin nicht der typ der menschen zum mitglied zwingen würde also ich verzichte darauf und wünsche euch noch einen schönen schönen frühstück und heute wäre übrigens wenn mein vater noch leben würde sein geburtstag also tschüss